There must be a way out of you. I want to change it. Change me! Die Eltern selbst geschafft haben. Jetzt geht es um Kai und ihren neuen Freund. Kai ist 24 anscheinend in dieser Beziehung. Und ihr Freund ist relativ... Ja, er hat eine recht kurze Lunte. Ist recht jezornig, sehr aufbrausend. Aber für sie ist eigentlich eher so der Lichtblick, der große weiße Wolf. Feeling okay, Jack? I'm fine. Please stop asking me that. Sorry. It's just you left the party so early without even telling me. Ja, okay. Okay. Just our friends and me wondered. Hamsi? What? You used to hang out with us almost every night. Hmm. Maybe you just need more cake noodles. Yeah, that might be it Das klingt... Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das klingt eher nach einer beginnenden Depression. Was gerade bei Männern tatsächlich zu einer, wie ich schon sagte, kurzen Lunte führen kann. Alkoholmissbrauch ist noch nicht dabei? Gucken wir mal. Oh. Okay. Lass mich. Ich spiele nicht mit euch. Vor einem Jahr also. Vor zwei Jahren hat die Beziehung gerade angefangen. Ey! Ich glaube, es hackt. Ähm, da war das mit Sunny, da war sie ja so abgelenkt deswegen. Sag mal. Hallo? Ihr seid doof! Haut ab! Ich weiß gar nicht, wo ich damit muss. Ah! Wo muss ich denn damit hin? Oder muss ich gar nicht zurücklaufen? Ist hier noch irgendwo eine andere Eiswand? Hier ist doch keine Eiswand. Ich kann leider nicht rellen, ne? Ich kann nur hüpfen. Das hilft nicht. Ach, Mann! Vielleicht sollten wir erstmal rausfinden, wo wir überhaupt dahin müssen damit. Das wäre vielleicht hilfreich. Vielleicht auch nur dahin. Wo sind denn die jetzt? Das sieht doch eigentlich nach einer Eiswand aus. Hör! Hallöchen! Das ist aber nett, dass sie mir das vorbeibringt. Ist das hier? Nee. Wo soll ich denn hin mit dieser Scherbe? Haben sie gesagt, du bist so gierig? Greedy? Das gemeine ist, die können fliegen! Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Wo bin ich denn überhaupt hergekommen? Ja, ich muss erstmal schauen, wo ich hin muss. Das hat ja überhaupt keinen Zweck sonst. Ah, hier! Hier muss ich hin. Da bin ich ja eigentlich schon fast bis hin geraten. Die Frage ist... Bringt ihr mir die Maske noch vorbei? Nein! Mist! Kommt ich irgendwie schneller da hoch? Sieht nicht danach aus, ne? Damn. Aber sie folgen mir so halt, ne? Vielleicht... Können sie mir die Maske zwar klauen, aber... Ah! Aber gerade sind sie ja auch hier drüber geflogen. Vielleicht kann ich sie austricksen. Komm schön hier oben her! Komm, gut, 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 gut! Sie scheinen mir ja nicht auszuweichen. Hallöchen! Ne, schade. Doch, doch! Aha! Ha-ha! Ich weiß nicht, ob das so gedacht war von den Entwicklern. Aber wir freuen uns einfach mal, dass es geklappt hat. Ich weiß nicht. Warum hast du mich ignoriert? Entschuldigung. Du hast mich stresst. Entschuldigung. Entschuldigung. 14 Tage! 14 Tage! Since I heard from you! Ich wusste nicht, ob du warst, oder... oder tot. Was? Du hast nicht gedacht, wie ich fühle mich? Auch für einen Moment! Nein, Kay. Ich habe nicht gedacht, ob deine Gefühle, während ich in der tiefsten, dunklen Spit imaginable bin. Ich bin sorry, dass nicht alles über dich ist. Die tiefsten, dunklen... Was? Was? Du schade mich, Jack. Please Kay. Just, leave me alone. I'll only cause you pain. Nein! Ich lief dich! Du bist nicht allein. Ich bin hier für dich. Ich will nicht das! Nicht mehr. Leave me alone! Es blurig, aber ich glaube, ichoscenne mich. es war recent. Oh man, der hat sich doch nicht umgebracht. Das ist definitiv eine Depression. Oha. Als es irre ist, ich habe keine ähnliche Situation als in meinem Bekanntenkreis. Eieieiei. Okay, noch eine Eiswand. Wo ist das Maskenteil? Oha. Oha. Schuh, Schuh. So. Maskenteil. Es gibt gar keine ... ähm ... Flaschenpost mehr, ne? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Damn. Ach Mist. Was? Ich frage schwierige Fragen? Habe ich das richtig verstanden? Was habe ich mit ihm gemacht? Ich habe ihn kaputt gemacht? Das glaube ich nicht. Das glaube ich aber nicht. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Oh, da ist wieder die Statue. Mit ihrem Gesicht, glaube ich. Mit ihrem Gesicht, glaube ich. Ich brauche die Maske. Wo ist die Maske? Ich brauche die Maske. Ich brauche die Maske. Sammeln. Lasst mich! Lasst mich! Okay, er ist ein Lehrer, anscheinend an der Schule von Sunny, wenn ich das richtig verstehe. Oh, wie kriegen wir denn jetzt hier? Ei, 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 die Masken noch rüber. Und das wäre spaßig. Oh, Mist. Schwimmen können wir damit nicht. Dann sollten wir uns erstmal überlegen, welchen Weg wir nehmen. Ja, dann müssen wir hier und außen rum. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Aber wer ist jetzt eigentlich dieses Mädchen? Ist das Kai? Ich dachte, das wäre vielleicht die positive Kai. Aber dann ist sie immer um ihn rumgeschwirrt und ist ihm sehr auf den Keks gegangen. Hat es nur schlimmer gemacht. Hm, das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch passiert sein. Oh, der ist in einer ganz bösen Spirale. Der ist schon in einer ganz bösen Spirale. Oh, oh, oh. Oh! Oh, oh, ist das das Schneckenmonster? Oh, 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 oh Ich würde allein sein, ohne dich. Ich würde verloren sein. Das ist nicht wahr! Oh! Ich bin im Bett jeden Tag, fragen mich, warum ich überhaupt nicht aufstehen soll. Dann gehe ich nach Arbeit. Es scheint gut zu sein. Und dann, plötzlich, ich liebe alles. Das ist okay. Das passiert mit allen. Auch ich. Dieses Ding! Es ist nicht über dich! Wo können wir hier jetzt am besten lang? Wir müssen, glaube ich, hier runter. Ja. Und dann da oben hoch. Ansonsten sind alle Wege blockiert. Super. Ja, da hilft halt Zureden nicht viel. Der Rucksack ist übrigens... Ja, jetzt sehe ich es nämlich auch. Beziehungsweise ich sehe es schon eine ganze Weile. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es mal zu erwähnen. Der Rucksack steht so ein bisschen für das Päckchen, das wir alle mit uns rumzutragen haben. Das Psychische. Würde ich jetzt einfach mal so interpretieren. Weil es geht ja wirklich all der Dreck zack in ihren Rucksack. Jedes Mal. Und ich weiß nicht... Ist der schon größer geworden? Seit wir angefangen haben? Das muss ich noch mal in den ersten Folgen schauen. Aber der ist doch garantiert auch größer geworden. Jedes Mal. Immer schwerer. Da ist ja ganz damit... So,, Was wenn ich ... wirklich nichtλη かisch�로 bin? Das ist dann entlang. Dann wir dich somitier. Was wenn ich ... Du hättest nicht w Ländern? Du musst zum Psychologen, zum Psychotherapie. Zur Psychotherapie musst du ganz dringend, mein Lieber. Genau das macht man in solchen Situationen. Kai, du meldest ihn jetzt einfach an? Ich muss jetzt auf mich selbst arbeiten, ohne jemanden auf jemanden zu sein. Wir beide tun. Du, du verstehst? Kai? Nein, nein. Ich kann das nicht herausfinden. Ich werde nicht alleine. Fass es! Geh mir mir! Geh mir mir! Und Kai? Geh mir dir selbst. Geh mir mir. Und wenn die Vorstellen muss, Aphmischerle Alexa, Geh mir était nach vorne. Du bist lange hier tränkerísimo worden. Geh mir mir! Kel existed dann finderator. Und das Monster kommt schon wieder. Ist das schon das nächste Kapitel? Ja, das zieht einen richtig runter. Das zieht einen richtig, richtig runter. Das kann ich mir vorstellen. Gut, aber wir haben nicht mehr die Zeit, hier jetzt weiter zu machen. Ich würde sagen, wir machen einfach ein bisschen früher Schluss. Es passt, würde ich sagen, von der Zeit. Und wir hoffen, dass Kai da wirklich irgendwie heil rauskommt. Das ist richtig übel. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020